Die Nesquik, die 927, gebracht von unserer Westfäherin Susanne Behring für Steinhagen, für Rockhagen. Die Nesquik, die 927, gebracht von unserer Westfäherin Susanne Behring für Steinhagen. Die Nesquik, die 927, gebracht von unserer Westfäherin Susanne Behring für Steinhagen. Jawohl, blitzsaubere Nullerrunde, fehlerfrei 62,33 und damit sind auch Susanne Behring im Steinhagen wieder als 15. Paar.